Hallo meine Hübschen, wie ihr hört bin ich krank, darum möchte ich euch mein Gesicht nicht zumuten. Ich wollte eigentlich verschminken, aber ne, was soll's, heute mal nicht. Heute geht's mal wieder um meinen Filofax. Ja, hier ist schon wieder so eine komische Sonnenstelle, soll ich mal sagen. Das reflektiert von der Sonne. Ich glaube, ich packe euch mal auf die andere Seite. So, das Ganze sieht doch schon besser aus. Was wir heute machen wollen, ist einfach mal meine nächste Woche gestalten. Ich habe mir hier meine Stifte zurechtgelegt. Das sind die außerdem hier, die meinem Color Coding entsprechen. Dann habe ich mir schon Washi Tapes herausgelegt. Ich möchte diese drei hier verwenden. Das ist eben einmal Pink mit weißen Punkten, einmal Neon, Gelb und dann diese schöne gestreifte. Außerdem möchte ich eventuell noch was von diesen Stickern verwenden. Eventuell aus diesem Masking Sticker Set etwas. Und dann das hier von der lieben Patricia, wenn ich es aufheben kann, da komm her, noch so ein Bookmark. Dann wollen wir doch mal. Ich mache jetzt erstmal meinen Filofax auf. Ich habe hier hinten noch etwas, was ich brauche. Gar nicht wahr, es ist vorne. Und zwar habe ich mir hier so ein kleines Kärtchen gebracht mit diesen Post-its drauf, die ich ziemlich cool finde. Und zwar sind die von Hema. Das ist eben so eine kleine To-Do-Liste. Da werde ich wahrscheinlich auch was von verwenden. So, wir klappen jetzt hier erstmal um und gehen auf die Today-Seite. Wie ihr seht, ist das die von letzter Woche. Und ich nehme jetzt für die nächste Woche meine zwei Blätter raus. Der Kalender kommt erstmal zur Seite. Und wir haben jetzt hier unsere zwei Seiten. So, ich habe hier schon was eingetragen in Nicht-Schön. Ich brauche mein Gesundheitszeugnis, darum steht der Gesundheitsamt. Das möchte ich aber natürlich dann noch in Schön machen. Jetzt wollen wir uns erstmal um die Washi-Tapes kümmern. Wir schauen einfach mal, wie ich es machen möchte. Ich nehme mir erstmal das hier und lege jetzt einfach mal los. Und ich glaube, ich werde euch da jetzt einfach der Musik drunter legen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 nochmal in meinem Kalender etwas umordnen. Das zeige ich euch auch noch. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier mein You're Here Dingens. Das lege ich mir eben zur Seite. Ich mache eben meinen Kalender auf, nehme mir diese beiden Sachen hier raus. Dann kommt erstmal diese Seite rein. Dann kann ich mir das hier nehmen und kann die Seiten zusammenklippen. Ich kann meine andere Seite hier schon reintun. Ich habe jetzt diese Woche noch nicht so viel zu erledigen und geplant. Darum sieht das alles noch ein bisschen mager aus. Ich nehme mir jetzt einfach das hier noch, weil ich es süß finde und mache es mir hier an die Seite. So. Und dann habe ich hier meine Weekly To-Do-List, die ich jetzt noch nicht ausgefüllt habe. Die tun wir aber einfach in die Mitte und das habe ich mir neulich neu gemacht mit den Serien, die ich gucke, wann die im Fernsehen kommen und dass ich die einfach in meiner Übersicht habe. Dafür clipse ich das nochmal auf und gebe die beiden Seiten hier rein. und fertig ist die Woche. Und fertig ist die Woche. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich weiß, es war jetzt nicht sonderlich aufregend, sage ich mal. Aber wie ihr hört, ich bin einfach krank. Da bin ich jetzt einfach irgendwie nicht so in der Stimmung, ein riesiges langes Video zu machen. Darum einfach nur, wie ich mein Filofax am Sonntag immer zurecht mache. Und ja, ich gucke mal, ob ich irgendwie was Neues noch habe. Ich glaube aber nicht. Ich habe eben, wie gesagt, hier noch diese Post-its. Ich habe ein paar Sachen zu meinen Projekten für die Arbeit hinzugefügt. Dann hier ein paar wichtige Sachen von der Arbeit noch. Und ja, ich glaube, viel mehr ist da jetzt gar nicht dazugekommen, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ich habe hier noch ein paar private Projekte, die ich machen möchte. Ach doch, ich habe nochmal so ein Post-it-Ding und hier hinten reingemacht. Ja, aber ansonsten war es das. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein wundervolles Wochenende und wart nicht krank wie ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!